Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Hört auf die Zeichen des Universums. Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton am 7. Oktober 2021. Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr erfreut, Euch dieses Status-Update, diesen Fortschrittsbericht zu bringen. Wir haben festgestellt, dass immer mehr Menschen in der Lage sind, die Energien zu empfangen, die kommen, um Euch allen zu dienen, weil sie die Gelegenheit nutzen, sich zu öffnen und zu empfangen. Das Universum bietet denjenigen, die dazu bereit sind, eine Gelegenheit nach der anderen, um langsamer zu werden, sich zu entspannen, weniger zu tun und mehr zu empfangen. Und wir können sehen, dass die große Mehrheit dieser Menschen auf die Zeichen hört. Es ist immer von Vorteil, wenn Ihr auf die Zeichen hört, die Ihr vom Universum erhaltet. Diese Zeichen werden Euch von Eurem Höheren Selbst und Euren Geistführern direkt gegeben, während sie insgesamt vom gesamten Universum und von der Quellenenergie orchestriert werden. Wenn den Menschen jetzt diese Gelegenheiten gegeben werden, erkennen sie aufgrund dessen, was sie gelernt haben, dass Synchronicitäten wichtig sind, um darauf zu achten. Sie erkennen, wie sie ihre eigenen persönlichen Zeichen deuten können, die Dinge, die in ihrem Leben geschehen. Und genügend Menschen haben die Botschaft inzwischen verstanden und erkennen, wie kraftvoll es ist, still zu sitzen, nichts zu tun und sich zu öffnen. Ihr seid nicht dazu da, alles geschehen zu lassen. Ihr seid da, um die Bewusstseinsveränderung zu erleben. Natürlich werdet Ihr manchmal zum Handeln aufgefordert. Ihr werdet einen starken Impuls bekommen, etwas zu tun oder auf irgendeine Weise zu helfen. Aber in den meisten Fällen ist es am besten, wenn Ihr es ruhig angehen lasst, Euch entspannt, nicht zu viel arbeitet und nicht zu viel nachdenkt und die Veränderung geschehen lasst. Der Wechsel von ständigem Ton zu weniger Ton ist ein Wandel. Wenn Ihr also weiterhin das Bedürfnis loslasst, alles selbst zu tun und die universellen Kräfte die Führung übernehmen lasst, könnt Ihr die Fahrt auch mehr genießen. Und wir sehen, dass immer mehr Menschen das tun. Wir sehen mehr Menschen, die erkennen, dass die Erfahrung, die sie im Außen machen können, im Vergleich zu denen, die sie im Inneren machen können, verblassen. Und das ist eine sehr gute Sache, die man erkennen sollte, denn diese inneren Erfahrungen werden sich Euch auch weiterhin zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass Ihr mehr fühlen könnt. Ihr könnt Euch mehr verbinden. Ihr könnt mehr von Euren spirituellen Gaben und Fähigkeiten nutzen. Wir möchten, dass einige von Euch die Vorstellung aufgeben, dass Ihr rumsitzen und darüber nachdenken solltet, was Ihr tun werdet oder was Ihr tun solltet. Wenn Ihr nicht diesen kraftvollen Impuls habt, diese Inspiration, die von innen kommt, um etwas zu tun, dann seht das als ein Zeichen des Universums, dass Ihr Euch jetzt einfach zurücklehnen, entspannen, Euch öffnen und empfangen sollt. Spielt damit, Euer Kronenchakra zu öffnen, denn das ist ein wunderbares Portal, durch das Ihr empfangen könnt. Achtet mehr auf Euren Atem, darauf in Eurem Körper zu sein und lasst die Vorstellung los, dass Ihr in diesem Leben Errungenschaften anhäufen sollt. Davon habt Ihr in all Euren früheren Leben zusammengenommen genug getan. Ihr habt nichts mehr zu beweisen und alles zu gewinnen, wenn Ihr Euch allmählich und mit Leichtigkeit und Freude in diesem Prozess verändern lasst. Wir sind der auktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.